Terraria, ein Spiel, wo ein Schleim mich tötet. Oh nein, ich glaub du stirbst. Oh, oh, oh. So, wir hatten vorhin Blutmond und Zomei konnte nicht aufnehmen. Also wir waren, wir haben abgegammelt in unserer Bude, in unserer echten Bude und in Terraria und dann kam auf einmal Blutmond und der Holocaust brach aus. Ja, ein paar Wehrwölfe und so. Ja, alles. Und dann haben wir kurz alle getötet, mussten wir ja, wir mussten uns da verteidigen. Notwehr. Und ich habe zwei Bags bekommen, die ich geöffnet habe und da war folgendes drin. Einmal das an dem Moment. Fuck. Oh mein Gott, da ist der Tod. Ich bin der Tod. Mit passenden Flügeln. Ja, mit Hapiens. Und dann einmal das Alien aus Alien. Schön, oder? Ist doch schön. Ich hab auch gerade einen Goodiebag gefunden. Ich mach den mal auf. Hey, Rotten-Ex. Ich hab schon vier Goodiebags in meiner Terraria-Karriere aufgemacht und hab viermal Rotten-Ex rausbekommen. Ach so, da kann auch Scheiße rauskommen. Das meintest du vorhin. Okay. Ja, ich krieg jedes Mal nur Rotten-Ex raus. Ich werf sie alle kurz mal weg. Oh, ich hab's nicht im Social, sondern ich hab gerade mal eben meine Rüstung ausgezogen. Upsala. Die sterben. Aber man kann die Eier auf NPCs werfen. So, wir haben eine Welt mit Krymsen. Kann ich auch kurz beweisen, indem ich einfach hier rüber scrollen und da schon sehe, dass ich das eventuell schon ausgeleuchtet habe. Ja. Oder das Terraria-Fenster. Einfach kleiner ziehe und wegschiebe. Kann ich auch machen. Moment, ich krieg's gerade wieder. Welche Rüstung hast du? Moment. So. Äh, Creeper. Nein, äh, meine Skelett-Rüstung. Von wann war die? Woher war die Nummer? Dungeon. Ach, Dungeon. Okay. Ich hab ja immer noch die Dschungel-Rüstung. Also wir haben eigentlich noch voll die alte Rüstung. Ja, klar. Wir machen uns ja bei... Äh, nee. Hey. Am Spawn runtergraben. Es ist diesmal auch nur nur Small World. Also keine Panik. Wir graben nicht wieder 10 Minuten. So, dann doch für den Fah-Aum. Ja, nimm doch. Lass uns doch den MPC mitnehmen. No. Oh, nee, ey. Gleich ist du da mein ganzes Inventar voll. Oh, so ein Kiste. Das war schon mal ein großer Fehler, hier auszuleuchten. Denn dann wird dein Part auch größer. Hahaha. Genau. Wegen den 10 MB. Also bei mir macht das gigantisch viel aus. Das ist richtig krass. Ich stehe immer auf dem Wasser drauf. Also ich habe so 1000 Trinket-Plätze, die ich noch nicht brauche. Und du hast immer schon voll die Probleme. Ja. Oh, ein Herz. Hallo, Herz. Fürs Herz. Also man kann zwar einiges kombinieren, aber ich finde immer noch zu wenig. Also ich habe mir schon bewusst, dass man nicht alles anziehen kann. Aber da sind so viele Sachen, die... Da will ich nicht drauf verzichten. Ich bin ja Trinket gerade. Oh, ich auch. Cool. Nein. Weißt du, anstatt ich helfen, nein. Oh, guck mal, da sind ein paar Edelsteine. Das ist eine Edelsteinhöhle. Wer hätte es gedacht. Oh, die. Ja, hier hängen auch Edelsteine und Diamanten. Völlig geile Höhle. Das ist fast wie mein Haus. Ha, genau. In echt natürlich. Wie was sonst? Ja, cool. Okay. Los! Immer wenn ein neuer Boden kommt. Na, aua. Oh, Chain Cave. Knife. Da ist immer noch Erde unter dir. Danke. Ich gebe das mal 10 Sekunden. Kein Problem. Ich wollte erst mal die Luft bohren. Ja, ja. Trocken bohren. Mein Gott, ey. Der unfähige Manuel. Hä, wie sehr? Ich habe ja keinen Fehler gemacht. Das ist einfach ultimativ, ey. Alter. Freck. Los. Noch besser. Alter. Ich geh da mal. Schlimmert ist eigentlich mal mit nem Hook. Hooker. Nen besseren. Ja, Manu. Chill. Manu will immer nur. Ja klar. Darum geht's doch in nem Spiel. Na, es geht um Freund. Und die Elemente der Havoli. Nicht Digimon? Er ist doch kein Digimon, oder? Doch. Na, 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 na. Ich glaube, brüch weiter. Ich guck gerade noch, ob ich hier irgendwas cooles in der Spinnenhöhle finde. Kannst dich nicht verstecken, Spinnenhöhle. Ich sehe, dass du da oben noch bist. Oh, Hilfe, Hilfe, Mama. Guck mal, hier ist, hier ist Wasser. Hier ist viel Wasser. Oh, Heidewitzka. Oh. Steinblock, ja. Topaz. Okay. Ne, da ist nicht. Oh, ja. So. Na gut. Dann keine Spinnen und Ruhe für mich. War aber knapp. Ja, das war aber knapp. Topo Mode. Wieso knapp? Das war ein Witz. Achso. Lacht doch. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wir sind gleich da, ja. Gleich. Wie lange da dauert. Warum nehmen wir das eigentlich jedes Mal wieder auf? Sind wir behindert? Keine Ahnung. Du wolltest, ich habe immer noch den neuen Zauber, den wir nicht gezeigt haben. Oh, mein Gott. Oh, ah ja, stimmt. Wieso nehmen wir nie die Guidepuppen mit? Warte, komm. Lass mal. Weil wir geistig behindert sind anscheinend. Guck mal. Aua. Da. Ha, verfluchte Flammen. Ja, kannst du meinen Dreck haben. NP. Ja. Dreck. Aha, der weiß gar nicht, dass man sich die beste Wache des Spiels aus Dreck herstellen kann. Ha, ha. Alter. Das ist ja im Grunde noch ein schnelleres, ähm, ein schnellerer Eisball, kann man sagen. Nur, dass der Eisball 67 Schaden macht mittlerweile. Wie macht das? Und die verfluchte Flammen 45. 45? Das kann gar nicht sein, ich mache ja 40 damit, ohne den Fernkampfboni zu haben. Und schon, schon, hier steht 45. Ich kann nähren. Oh, ne Guidepuppe. Deswegen nehmen wir keine mit, weil die überhaupt nicht selten sind. Ja, selten sind sie nicht unbedingt, aber es dauert trotzdem seine zwei Minuten. Ja, dafür hat es ne bessere Range. Äh, blau, glaube ich. Ja, blau bin ich. Gehen wir nach rechts. Der Manu, der Manu, der hat ne Genüte. Der Manu, der ist voll toll. Weißt du, ich bin nicht toll? So, das ist gut. Wie ich mein Buch dann immer draußen hab, wie dumm. Ja, hol doch her. Die ist doch eh tot nach 10 Metern. Achso. Okay, wenn du willst, mach ich das. Mach mir kurz nen Eisentrank rein, hier. Flieg. Und Kuchen. Und Sieg. Oh Gott, was ein Haus im Weg. Jetzt sagt das Zauberwort und du hast die Macht. Oh, Manu, Moon. Oh, Papa, Papa, Papa. Oh, Sailor Moon. Ich stell die Augen schon allein. Wir verfluchen die arme Wand voll. Ja. Ich verfluche dich, du Wand. Oh, ne. Hilfe, Mama. Oh, ich kann gedrückt halten. Wusste ich gar nicht. War ich nur gewohnt von dem anderen Ball. Noll, du kannst ja mit gedrückt halten. Ja, dann ist sie geil. Und dead. Manuel, warum nimmst du diese schlechte Waffe? Ich muss da nicht immer durchdrücken. Oh, und was war drin? Äh, hast du ein Atem rausgeklaut? Ja, musst du. Hilfe. Nee. Doch, doch, hab ich. Was gab's? Ma. Genau das, was du willst. Fernkampfschaden. Yes. Ja, jetzt macht meine Pistole 50 Schaden. Krass. Äh. Willst du einen Pornhammer? Kannst du verkaufen. Ja. Cool. So, und jetzt ab ins Crimson. Nach oben und ab ins Crimson. Ins Crimson. So, du kannst vorher noch ein bisschen Scheiße hier reinlegen. Naja, ob ihr den haben willst, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Wen? Ja, so 500 Steine. Hey, in die Kiste meine ich. Ja, ich weiß, aber ob ihr die haben willst, meine ich. Nein, ich lasse die Kiste hier stehen. Ich nehme da nichts draus mit. Also, Müll kannst du reinlegen. Ach so. Okay. Eine Müllkiste. Alter, Hilfe! Ich bin schon in den Crimson unterwegs. Alle Spannung für die Zuschauer. Hier, Granaten. Granaten. Spannende Spannung. Sie explodieren. Eventuell. Manchmal. Hier, Auge. Friss eine Granate. Verspannung. Oh nein, der bringt. Ich kann ja meine Sachen nicht in Ruhe reinpacken. So. Also, warum ist das für mich ein bisschen verarscht von dem Spiel? Ach, jetzt habe ich ja nochmal Dreck. Weg damit. Was siehst du das? In einem Crimson machen wir Angst. Die sind so schnell. Ey. Ich heule gleich. Jetzt hör doch mal auf. Jetzt kommen mir tausend Werwölfe auf mich zu. Ach, vielleicht gibt es hier im Crimson diese anderen Seelen, die uns fehlen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das kann natürlich sein. Stimmt. Der Einsicht heißen die. Ja, genau. Okay. Nimm mich am Arsch. Huch. Das war toll. Verdammt Stress, ey. Mepp. Komm bitte wieder her. Danke. So. Ich bin auf dem Weg. Ich komme. Ich kann gleich nochmal neu laufen, wenn es so weiter geht. Warum? Weil du stirbst. Warum sonst? Ja, keine Ahnung. Weil eine Deskonekasse. Oh ja, du schwimmende Schnecke, was du auch immer bist. Oh, schon wieder ein Banner. Herbling. Oh ja, ein Herpes-Redin. Cool. Hallo Herpes-Ling. Ja. Sexy. Und ich weiß es. Und hier kommen jetzt Spinnen, die mit ihrem Arsch Säure schießen. Und die müssen wir ja töten. Oh, hi. Geil. Ja, sie. Eine Ichor-Steaker. Ja, ich habe zwei Ichor. Oh, cool. Die brauchte ich für den Piss-Scheiß, ne? Ja. Für den Piss-Scheiß. Den Debuff-Strahl auf Pipi. Seele der Nacht, nö. Auch Seele der Nacht. Oh! Ein Extraktinator. Viel zu spät, aber wir haben einen. Ach, um den Schlamm, äh, um daraus Sachen zu kriegen, irgendwie, ne? Hast du mal erzählt. Alter, wie geil ist denn der Fluch? Warte, na, ich wollte mir den angucken. Lass dir mal den Fluch. Guck dir den Fluch doch mal an. Zombie. Zombie. Warum hast du nichts gelernt? Da, guck dir den Fluch mal an. Der hat sogar ein Auto. Oh, guck mal, wie stark der Fluch ist. Hallo, meine Pistolenkugeln machen die ganze Zeit schon Fluch. Oh, da ist ja noch eine Kiste im Wasser. Oh, Flossen. Präzise Flossen. Komm, Töten, wir weiter die kleinen Spinnen. Oh, da ist ja noch eine. Ja! Du, macht Spaß. Ja! Einfach mit ganz viel Abstand und dann haben sie keine Chance. Noob Spinnen. Hä, was, was ist denn da? Was ist das? Das ist sowas wie so eine Schattenkugel. Ach so. Aber für die anderen Mats, oder wie? Ja. Hä, haben wir doch schon gemacht. Wir haben doch schon mal den Boss getötet hier, oder? Ja. Klar. Nehmen wir aber mit. Ja, du tötest Spinnen. Nee, ich wollte den Boss. Show stone your spine. Ah, Hilfe, da unten ist irgendein Pipi-Magier. Ach so, das ist so eine Spinne, oder? Ja. Ha, seht ihr, der Schmacht. Oh, ich, ja. Abo-Symbol, ich, ja. Guck dir mal die Map an, wie cool die aussieht. Ja, ja. Ich hab sie ja ausgeleuchtet. Okay, komm, Töten, wir gehen auf Cthulhu. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich die Form. Ja. Lebst noch? Anscheinend. Aber ich glaube nicht mehr lange. Oh, nächste Form. Gut. Ha, ich hab die fünf Goldmünzen bekommen. Oh, jetzt bist du reich. Tees to a sample, yeah. Ja, Items, die wir einfach gar nicht mehr brauchen. Ach, in meinem Herzen brauch ich die. War wir die schon? Ja. Ja. Ich vergesse, da hast du schon auch gemacht. Ach so. Ja, da ist auch die zweite. Ach so. Ich find, hier bekomme ich viel zu wenig Items raus aus den Dinger. Was hast du bekommen? Rotted Fork. Ah, lol. Ah, ja. Die hab ich auch schon. Ach, die hat er auch schon. Ja. Ein ganz schön schneller. Upsi, nein. Wer hat denn damit gerechnet? Vielleicht müssen wir Gehirn und Auge kombinieren und dann haben wir Cthulhu. Der war lustig nur, weil die gleichzeitig rufen müsste. Ja, ich will lachen. Dann lass es am Leben, dann hol ich noch das Gehirn. Ist schon zu spät. Nein, das nimmt du noch. Ja, aber ich glaube, das steht bei meinem Fluch. Genau. Der immer einen Schaden macht. Ja, guck, jetzt haben wir dein Gehirn geholt. Komm, ziehen wir sie zusammen. Und dann Fusion. Ah. Da kommt das Gehirn. Ja. Wir ver... Guck mal, Leute, wir sind... Wie so eine Reality-Show. Wir bringen Leute zusammen. Oh, das Gold hast du bekommen. Boah, krieg mir eine Viel AP. Was ist das denn? Oh, nein. Höh, da ist ja ein Gehirn. Jo. Ja, geil. Oh. Oh. Gibt mir eine Gedärme. Hey, ist das hier eklig. Oh, was ist das denn? Oh, nochmal so ein Rotted Fork. Lauter Fischchen und so. Oh. So. Hi. Oh, da ist ja eine. Ein Ich-Hor. Wie viel Ich-Hors hast du? Drei. Oh Gott, ich hab 10. Brauchen 30. Oder? Weiß ich nicht. Brauchen wir das gerade nur für diese Pisse, oder was? Ja. Ja, die Pisse ist voll geil. Weil du damit voll viel Schaden machst. Und ich mach auch mehr Schadene. Ja, die Pisse ist voll geil. Wie, du machst auch mehr Schaden. Ja, weil du dir auch debuffst. Ach so. Ach stimmt, das war ja da mit der Verteidigung, ne? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß aber nicht, ob ich die benutze. Ich weiß nicht, ob ich die darauf benutzen werde. Dann gibst du mir, dann benutze ich sie. Genau. Wieso hab ich eigentlich auf einmal 200... Ach, ich hatte wahrscheinlich die ganze Zeit 200 Mano. Ja. Hab ich dann nachher damit zugebombt. Okay. Bin gleich tot. Weißt du, wie ich immer denk so, oh fuck, diese, diese grünen Teile treffen mich gleich. Deine eigenen grünen Teile werden dich umbringen. Ja. Na gut, dann fahren wir für die Pisse mal in die Wannewaffe. Oh ja. Diamant. Abo Diamant. Dann haben wir ja auch kaum was. Na, haben wir auch nicht. Jetzt übertreib nicht. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ein Item bekommen, was ich brauchte. Das ist schon mal cool. Ah cool, was denn? Äh, Panic Necklace. Erhöht Geschwindigkeit, wenn man getroffen wurde. Nein, fuck. Was? Ja, guck mal meine HP an. Da unten sind auch noch richtig viele Items. Da können wir es jetzt noch nicht runter. Ich hab so viele da unten getötet. Oh, da ist HP, da ist HP. Lass mir die. Nein. Die gerade auf mich gefallen ist. Ja. Okay, die lasse ich dir. Oh, danke Peter. Äh, Peter. Genau. Oh, ich bin nicht dein Peter. Doch, Beste. Ich hasse meinen Charakter so sehr. Woher kommt dieser Heiltrank ständig? Immer so ein Heiltrank, so ein kleiner Mini-Heiltrank, der 20 HP heilt. Ja, genau. Deswegen bin ich auch im Grunde nur gestorben, weil ich die ganze Zeit diese Scheiße essen musste. Kasse das voll. Ich hätt gern so Heiltränke-Slots. Oder wo ich einen Schlenker nenne. Bitte nur Heiltränke trinken. Und keine anderen Hurenteile. Ich hab jetzt mal die Schwachen weg. Ich hab jetzt echt die Schwachen weggeworfen. Dafür finden wir gut für Seelen der Nacht und Geld. Geld, Geld. Ja, du hast doch schon nie mein Geld gut gefunden. Money. Nein, den Geld liegt noch da, aber ich kann's gerne aufsammeln. Nein, 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 nein. Ja, vier Goldmünzen, jo. Vier? Jo. Hatte ich dabei? Boah, jetzt schuld ist mir aber vier Gold, ey. War richtig krass. Ich hab das auch von mir Gold schon mal behalten. Ne, hab ich nie. Nie. Bessen bin ich mir nicht schuldig. Bewusst. Schuldig bewusst. Ja, schuldig bewusst. Mach doch den. Hä? Jetzt bist du auf einmal back? Ja, ich leg grad ein paar Sachen weg. Wenn mein Tal wieder voll ist. Und nehmen wir das Erzball mit. Ah, ich bin wieder im Loch. Manuel im Loch unterwegs. What's up? Oh. Hier ist aber richtig viel Kobalt. Oh, ist hier ein Dämonen-Altar? Ja, das Rote ist ein Dämonen-Altar. Brauch mal das nicht. Ne. Doch. Hol. Ich hab's jetzt normal geschlagen. Guck mal, wie viele ich hab. Hä? Kann ich nicht mit dem Paunhammer? Wieso? Oh, weil ich grad Schiff gedrückt hab. Ich trotte. Ja. Oh ja, Mithril und Alamite. Uh, und Kobalt. Jo. Und noch mehr Mithril. Oh ja, schlägt mal. Ich lecke doch ihm mal. Oh ja, so geil. Schumjai. Aber gut, wir fahren das Zeug jetzt fertig. Ich glaub, das brauchen wir nicht unbedingt unspielen machen, oder? Nee. Wir haben ja gesehen, was hier passiert ist. Wir haben alles geplündert, haben ein bisschen Gehirn getötet zweimal. Und dann töten wir jetzt einfach. Ja, dann töten wir einfach noch so ein paar Wookie-Spinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.